Guten Morgen Leute, heute geht es mal wieder um ein sehr wichtiges Thema und zwar, weil es nachgefragt wurde, zum Thema Kraulschwimmen. Und zwar heute hoher Arm, gestreckter Arm versus hoher Ellenbogen. Also einmal das Schwimmen mit einem nahezu gestreckten Arm über Wasser und einmal das Schwimmen mit einem hohen Ellenbogen, wie es auch im Technik-Leichtbild erklärt wird, wie man es erlernen soll. Das ist auch meine Meinung, so soll man es natürlich erlernen, ganz klar. Aber man sieht natürlich auch immer viele Schwimmer, die auch mit einem nahezu gestreckten Arm kraulschwimmen. Woher kommt es jetzt und auf welchen Strecken macht man das Ganze denn? Natürlich ist der Weg, den man hier geht, ein längerer, als wenn ich den Weg so gehe. Aber, wenn ich mit einem gestreckten Arm schwimme, habe ich natürlich hier den Arm als Schwung-Element, habe natürlich, kann mehr Geschwindigkeit, mehr Kraft aufbauen und habe einen stärkeren Hebel. Das heißt, man kann eigentlich mehr Kraft ins Kraulschwimmen bringen, aber natürlich auch nur über eine sehr kurze Zeit, weil das Ganze anstrengender wird. Das heißt, das Schwimmen mit gestreckten Armen sieht man eigentlich auch nur im Sprint bereits. Seit 50, 100 Meter, eventuell manche Leute noch bei 200 Meter. Alles, was drüber geht, würde ich sagen, wird es zu anstrengend und man sollte sich an dem hohen Ellenbogen orientieren, denn das Schwimmen mit hohem Ellenbogen wird natürlich nicht umsonst in der Kraul-Technik vermittelt, sondern es hat natürlich ein paar Vorteile. Und zwar habe ich natürlich hier, wenn ich so schwimme, einen kürzeren Weg zu gehen, als wenn ich so schwimme. Gleichzeitig wird hier eben das sanfte Eintauchen erleichtert und natürlich das Wasser fassen. Wenn ich jetzt hier mit gestrecktem Armzug reinkomme, hier Patz rein schlage, dann ist es extrem schwer, hier vorne direkt den Druck zu nehmen und wirklich, das macht man dann auch nur im fortgeschrittenen Bereich. Da gibt es auch noch spezielle Übungen dafür. Und genau, deshalb eher würde ich euch das Schwimmen mit dem hohen Ellenbogen empfehlen. Einfach widerstandsarmer, kürzerer Weg, erleichtertes Wasser fassen und ein ganz wesentlicher Effekt, gerade in Kinder- und Jugendalter, wenn wir hier mit gestrecktem Arm schwimmen und hier natürlich unter Wasser auch mit nahe zu gestrecktem Arm schwimmen, was natürlich ja daraus fast ergibt, wenn man schon mit gestrecktem Arm eintaucht, die Kraft, die auf das Schultergelenk wirkt, ist natürlich viel größer als die, wenn ich jetzt hier mit dem hohen Ellenbogen reingehe und dann wird sie. Und deshalb, die Kräfte, die auch einfach auf die Muskulatur, auf die Gelenke wirken, sind viel stärker, deshalb auch erst im Erwachsenenalter das vielleicht mal ausprobieren und wirklich, wenn die Körperkondition auch ausgebildet ist. Ich mache euch das Ganze jetzt mal in beiden Varianten vor. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich mit gestrecktem Arm schwimme, wird das Ganze natürlich gleich viel schneller, die Frequenz geht hoch und was man aber vielleicht auch sehen kann, dass einfach das Wasser fassen natürlich viel schwerer wird. Ich werde deutlich mehr Luftblasen generieren unter Wasser, weil man natürlich einfach mehr reinplatscht als mit einem hohen Ellenbogen. So, schaut einfach mal zu und ich hoffe, die Erklärungen konnten euch schon mal weiterhalten. So, das war jetzt natürlich eher ein ruhiges Tempo. Natürlich könnte ich das Ganze auch schneller machen, aber wenn ich 50 oder 100 Meter in einem DR2-Tempo oder in einem sehr, sehr schnellen Bereich schwimme, dann wird sich meine Technik direkt verändern. Einfach über die Jahre prägt sich das dann bei einem Schwimmer individuell aus. Das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein. Und ja, jetzt seht ihr gleich mal, wie sich die Technik verändert, wenn ich schnell schwimme. Ja, ich denke, der Unterschied war eindeutig. Das hat natürlich direkt mehr angestrengt. Wenn ihr jetzt mal versucht, mit gestrecktem Arm zu schwimmen, wichtig, schaut trotzdem, dass ihr hinten die Druckphase bis zum Ende macht, weil dann könnt ihr natürlich mit diesem Impuls der Druckphase, zack, das direkt für die Rückholphase verwenden. Und schaut auch, dass ihr vorne nicht komplett gestreckt aufs Wasser patscht, sondern ungefähr nach 90% des Weges eben den Arm ein bisschen anwinkelt und dann auch wieder rein ins Wasser und vorne das Wasser fassen. Das ist sehr schwer zu lernen, das muss man häufig üben. Aber versucht es, probiert es aus. Und dann kann man natürlich auch mal nicht nur mit einem hohen Ellenbogen schwimmen, sondern auch mal kurze Strecken mit gestreckten Armen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich gehe jetzt in die Uni. Ihr esst erstmal was und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.